Endlich gibt es Regen, vor allen Dingen im Osten. Die Waldbrände werden etwas ausgebremst, aber nächste Woche ist schon wieder neue Hitze unterwegs. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Zunächst mal der Blick auf das Wetter am heutigen Freitagnachmittag. Wir haben relativ ruhiges Wetter in vielen Landesteilen, aber später gibt es ja mehr Schauer und Gewitter. Aufgrund dieses Tiefs hier, das Tiefrieder, das lässt es hier und da mal ordentlich poltern. Die große Hitze liegt auch schon bereit hier in Südwesteuropa. Die zieht nächste Woche zu uns nach Deutschland. Wir blicken auf die Wetterkarte von heute Nachmittag. Es beginnt zu brodeln von Westen her Richtung Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, später auch in Hessen und das Ganze zieht bis zum Abend weiter Richtung Ostdeutschland. Es ist relativ warm heute, 26 bis 28 Grad im Norden, ansonsten Temperaturen im Süden 29 bis 31 Grad. Hier ganz im Süden bleibt es auch erst mal relativ freundlich. Dann der Blick auf die kommende Nacht. Die Regenfälle schieben sich langsam weiter Richtung Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg. Auch da kann es dann einzelne Schauer und Gewitter geben. Später auch hier im Südosten von Bayern. Sonst lockert es dahinter schon ein bisschen auf. Es bleibt dann meist trocken. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 16 bis 12 Grad zurück. Der Samstag bringt dann Regentief und zwar liegt das meist genau hier an der Grenze zu Polen und das heißt viel Regen auch mal hier. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, genau in diesem Bereich mit der größten Trockenheit, mit den Waldbränden in Sachsen. Da fällt Regen zum Teil auch runter bis zum Bayerischen Wald. Aber aus Westen, da reißt die Wolkendecke auf. Da wird es sommerlich warm bei 28 bis 30 Grad, bei Dauerregen gerade mal 19 bis 21 Grad und auch im Norden meist freundlich bei Temperaturen um 26 bis 27 Grad. Der Sonntag dann weitgehend trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Wir erreichen 24 bis 32 Grad. Am Montag noch so ein bisschen wechselhaft. Nochmal die Chance etwas Regen abzubekommen bei 24 bis 31 Grad und dann ist Schluss mit Regen. Am Dienstag viel Hitze bis zu 34 Grad. An der Oberrhein sind 25 bis 30 Grad. Viel, viel Sonnenschein. Die Trockenheit setzt sich wieder voll durch. Neue Waldbrandgefahr ist gegeben. Am Mittwoch 28 bis 38 Grad und auch der Donnerstag sehr heiß. Bei 29 Grad an den Küsten bis zu 38 Grad in der Landesmitte und auch teilweise hier im Osten. Das Ganze bei viel Sonnenschein. Erst zum Freitag könnte es dann wechselhafter werden mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen immer noch sehr hoch. Im Südwesten teilweise 35 oder 36 Grad. Und wir gucken uns mal diesen Regen an. Zunächst heute Nachmittag Niederschläge hier im Alpenraum und dann breitet sich das Ganze weiter aus Richtung Bayerischer Wald und zieht dann weiter Richtung Thüringen und auch Richtung Sachsen. Teilweise südliches Brandenburg. Da kann es dann für mehrere Stunden Schauer geben, Gewitter geben. Da kommt also sehr wahrscheinlich endlich die Nässe an. Und danach ist es dann aber schon wieder weitgehend niederschlagsfrei. Wir vergleichen mal kurz die Modellberechnungen in Sachen Niederschläge. Was könnte darunter kommen bis zum Samstagabend? Das ist die Prognose vom deutschen Wettermodell. Jackpot Richtung Sachsen. Hier teilweise 20 bis 30 regional. 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Eine gute Lösung gegen die Waldbrände wäre das hier in Sachsen. Aber ansonst recht trocken bis zum Samstagabend. Abgesehen vom Alpenraum, da kommt auch noch ein bisschen was runter. Aber sonst fällt nichts. Zum Vergleich mal der Blick auf das amerikanische Wettermodell. Da ist der Regenschwerpunkt ein bisschen weiter nach Berlin und Brandenburg verschoben. Da eher so in Brandenburg 30 bis 40 Liter. Drumherum auch ziemlich wenig. Dafür aber hier in der Landesmitte vom Westerwald rüber ins Rhein-Main-Gebiet. Da könnte auch was fallen. 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Prognose bis zum Samstagabend. Und noch die letzte Karte dazu. Das europäische Wettermodell. Das schiebt den Schwerpunkt ein bisschen weiter rüber nach Sachsen. 25 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch hier Richtung Landesmitte. 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Berlin würde dagegen komplett trocken ausgehen. Und auch der gesamte Nordosten genauso wie hier fast der gesamte Südwesten trocken bleiben würde. Ja und die Hitze, sie kommt. Das ist die Wetterkarte nächste Woche Mittwoch mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Hier ist Deutschland und da kommt die große Hitze direkt aus der Sahara bis zu uns nach Deutschland gezogen. Wir zoomen mal rein und schauen auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Am Mittwoch hier im Westen und Südwesten schon 20 bis 22 Grad in 1500 Metern Höhe. Also deutlich über 35 Grad unten am Erdboden kann es im Westen und Südwesten geben. Aber die warmen Luftmassen kommen auch bis nach Norddeutschland voran. Und was heißt das bei den Tageshöchsttemperaturen? Hier mal der Modelloutput für nächste Woche Donnerstag für den 4. August. Und wir sehen zum Teil Temperaturen bis 38, 39 Grad in der Punktprognose. Da sind vielleicht hier und da auch mal 39 bis knapp 40 Grad nicht ganz ausgeschlossen. Doch wahrscheinlich wäre es nur eine Eintagshitze, denn ab Freitag, Samstag gehen die Temperaturen von Nordwesten langsam wieder zurück. Das sehen wir auch hier auf der Ensembleprognose. Diesen Hitze-Peak so am 4. August vor allen Dingen Temperaturen in 1500 Metern Höhe im Mittel um 15 Grad. Aber der Hitze-Peak beim Hauptlauf immer noch weit oben bis zu 21, 22 Grad. Und sehr wenig Regen bis zum 14. August. Wir schauen nach Ostdeutschland auch hier bis zum 14. August. Auch hier sehen wir diesen Wärmeberg sehr lang gezogen. Im Mittel 17, 18 Grad. Der Hauptlauf noch ein bisschen weiter oben, zum Teil über 20 Grad. Und auch im Osten gilt wenig Regen bis zum 14. August. Das gleiche Spiel auch in Süddeutschland. Nur hier ist der Wärmeberg ziemlich lang gestreckt. Über mehrere Tage am Stück Temperaturen um die 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann geht es runter Richtung Normalwerte für die aktuelle Jahreszeit. Also ein unterkühltes Wetter ist da erstmal nicht zu sehen. Zumindest nicht beim amerikanischen Wettermodell. Und vom Regen her später einzelne Schauer und Gewitter. Wir blicken nach Westdeutschland. Auch hier dieser Wärmeberg gut ausgebildet. Temperaturen knapp unter 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag. Das heißt unten am Erdboden 35 bis 37 oder 38 Grad. Danach etwas kühler, aber kein großer Temperatursturz. Und beim Regen sieht es weiterhin ziemlich sparsam aus bis zum 4. August. Zum Schluss noch ein Blick auf die Landesmitte. Und hier schauen wir mal auf die Regensummen. Was kommt da runter bis zum 14. August im Mittel? Das ist die rote Linie. Da werden so um die 25 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Aber wir haben eine große Streuung. Der Hauptlauf noch weiter unten. Gerade mal 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch einige Läufe weiter oben. Der hier zum Beispiel zwischen 65 und 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Das wäre doch mal ordentlich viel Regen. Aber wir haben auch viele Läufe. Die bleiben deutlich trockener. Hier unten gerade mal 2, 3, 4 Liter Regen pro Quadratmeter. Und der Blick hierher, der zeigt uns schon, in den kommenden 24 Stunden haben wir eine ganz große Unsicherheit. Nicht mal da schaffen wir es genau, auf den Punkt zu kommen. Ein Ensemble-Mitglied. 45 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein anderes gerade mal 20. Und das Mittel irgendwo bei 5 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Ich bleibe also dabei. Es ist sehr unsicher, was da genau an Regen fallen könnte in den nächsten 24 bis 36 Stunden. Da müssen wir uns einfach gedulden und abwarten. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag. Tschüss.